ich bin mal auch vielleicht ja damals einheitlich an meine sturm und randzeit kurz vorm krieg jetzt aber ganz schnell weg er war so klar ist direkt vor unserem sport naja die gute nachricht ist du hast noch nicht mal 30 punkte wie ich immer sage spaß ist was du draus macht ja ja kann man ja die mesina oben kaputt machen auch geht das wieder los andere ich wollte gerade auf dich schießen aber da kamen zwei andere so kriegst du mir auch schon öfter aber ich bin doch und schützt mich du musst mich nicht jagen ich bin noch einfach einfach nervig auf dieser map das stimmt tötet sie einfach achtung gegen gegen wer sich am gegner sport aufhält er wird gerästet keine ahnung wer ich lasse umzugehen das kriege ich gerade so hin wir hätten den eingang kaputt gemacht kick doch mal einer den reser hier er nervt schon die ganze zeit kaputt gemacht ja der ist immer an derselben stelle ist ganz einfach der typ du meinst immer direkt vor unserem sport das stimmt wohl oh hi andre da fahren wir st isaac halt und so hin super und wir haben elvis der mit äxten wirfen auf dir peter war das krachen er kann es ja nicht ja und vorhin als du vor unserem sport stand ist und ich nicht geschossen habe was ist passiert du hast mich er hat gebeilt das ist nur ausgleichende gerechtigkeit ja dass du tot warst dafür konnte ich auch nicht ja wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich meine gute güte wer axtet denn hier hey wie die axt im walde das sag ich euch hallo problem ist im mittelpunkt können wir ja die einnehmen hallo ich konnte nicht wieder stehen peter hallo verstehe ich gar nicht hallo hallo b verdammt topo du kennst die frage schon Die ist einfach. Mit wem würd ich lieber lieber holen? So, Andreas, Frau oder BF-Fragenheber. ... und den Reser-Idioten jagen so lange, bis er freiblich den Server verlässt. Was für ein Penne. Oh, Zucker, du hast mich von den Punkten überholt. Ja, das machte er die ganze Zeug. Na toll, Des, hättest du dir das eigentlich ganz toll, wenn mir mal jemand diesen Sniper drübermalt. Wir haben einen Sniper. Ihr hattet. Nee, ich geh jetzt wieder zurück und sniper den Sniper. Aber das funktioniert ja nur so lange, bis Reser wieder tot ist. Ja, toll, ey. Ich komm ja nicht mal in die Mitte. Tudu. Nein. Oh, hey. Moin. Ja, dann hau ab. Hab doch schon gesagt. Meine Lumi wartet an der Information an seiner Manni. Niiiihihihi. Niiiihihi. Nidiiiiii. Nee. auch schon fast als respawn gelingt. Na jetzt aber. Halt es still. Keine Güte. Zucker erhobert das Ding. Ich werde von zwei Pyros verfolgt. Nein. Nicht mit mir. Ich werde von allen Seiten beschossen. Jetzt haben wir Jüli auch noch gegen der Team Zucker. Das kann nur gut gehen. Das Blatt hat sich gewendet. Das ist jetzt aber schon serious. Ich war ja danach auch schon wieder weg. Du hast es verdient. Das weißt du selbst. Musch. Deswegen habe ich auch nicht wirklich auf dich gezielt. Bum bum bum. Ja jetzt steht er wieder dort oben. Alter Andri wo zum Teufel bist du? Ey. Ach da. Gucken wir doch. Ach Mensch. Mit Commander. Mit dem gegnerischen Sniper so. Ja. Ja. Ich kann die nutzen. Aber just in dem Augenblick schießen natürlich wieder zwei. Soldier auf mich. Ich mag dein Team nicht Andri. Ich mag mein Team auch nicht. Ey. Ah fuck ey. Mudern! Das ist... Ich kann nächstes Mal auch die Tür zum Spawn für dich auflassen. Nein Spawn killen. Oh Gott. Das wäre nett Andri. Das wäre nett. Ich hätte mit dir nicht mal... Wääh. Hau ab. Und. Ich träff den nicht. Ich habe mal eingenommen. So wie die. Passt davon. Ich habe dreimal an dir vorbeigeschossen. Ach ja. Ach so. Ey. Hol sie weg, Zucker, neben dir so einen Scout. Ja, wie denn? Ja, super, Zucker. So viel kann ich auch nicht. Ich spüre doch wieder schon den heißen Maten des Pyros an, neben mir hier. Oh, nein. Hol sie runter, da. Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ach, scheiße, Unterzahl. Ah, das macht gar nichts. Mit Elvis und gegen Lüdi, ich bin so froh. Elvis steht im Spawn rum. Juhu. Elvis weiß gar nicht, wo er hin soll. Der ist nicht zum Spawn gelaufen. Entgegnet ihn, wir haben einen Anfang. Sniper, ne? Ah. Der geht nicht drauf, dieser hässliche Scout. 5, 4, 3, 2, 1. Auf den Punkt. On the point, Lilian. On the point. On the point. Ah. Da rauf. Ich kann doch nicht alles alleine machen. Oh, unterstützt mich nur nicht. Geh drauf auf den Punkt. Nein. Hau da ab, Lüdi. Was das schon so gut macht. Ja. Hi, Peter. Hallo, André. Ich kann leider nicht besonders viel hier machen. Oh, wir sind ja auch 2, nein, 3 weniger, wenn ich genau hingucke. Männestens, ihr seid sogar 17 weniger. Drück mal Tapp, wir sind 3 weniger. Ja. 30 Punkte, Elvis steht doch nicht, oder? So.